Aaaaaah! Boah, leg mich im Arsch! Herzlich willkommen auf dem Grab St. John! Ich bin hier gerade in der WC Anlage und ich bin recht fasziniert! Wie geil ist das gemacht, das ist richtig cool. Aber jetzt fertig rumgeschaut, jetzt geht es den Rabel vom Neverend Trail of Lags. Bleibt dabei, Peace. Ah, schon bald wieder 5 Uhr. Die Konzentration läuft nach. Und da musst du jetzt wirklich in den Kopf bei den Sachen haben, vor allem im unteren Teil dann. Das Video 2 von heute. Vor allem habe ich langsam Probleme mit meinen Fingern. Ah, das ist jetzt gerade nicht ein so mieses Gelände. Da bevorzugt eher den Christoph und technische Sachen. Und der Vater mittlerweile auch saumässig gut. Die Rüssen gehen raus Christoph. Seid kein MTB. Kann ich euch natürlich verlinken. Geht unbedingt mal auf seinen Kanal schauen, es lohnt sich. Ich habe meine Fingern sind fast zum Abstellungen. Aber ja, so ein Endfazit von diesem Tag zum Track Slash 9.7 Carbon Plus. Das ist jetzt mal 2023. Sorry, Norco. Aber da kannst du einpacken. Nein, das ist ein Traum dabei. Nein, das ist ein Traum dabei. Der Graubberg ist zu. Das ist mal eine kleine Info. Also man kann den Natschens schon fahren, muss einfach gut treten. Aber das ist jetzt nicht gleich nötig. Der Traum wäre schon nicht bekannt. Ich bin mal fertig. Ich bin mal großartig. Ihr habt auch. Na ja, boh. Schöne! Ich kann rumspielen Das verpasst Ich bin verpasst Aaaaaah! Lied sind! Lied Die sind Die sind Andreas, da vorne auch schon über 50, kennt auch kein Mass und dann komme ich mit meinen knapp 40 und die Omeren wegen meinen Fingern, das ist ja fast peinlich. Meine Güte! Well, let's go! Oh, das ist ja fast! Jetzt haben wir noch einmal herzustossen, aber unsere Kräfte sind nicht mehr da, um einen grossen Strick zu verreissen. Was passiert noch ins Heim? Da muss man auch etwas vernünftig sein. Jetzt sind wir doch schon den ganzen Tag am Fahren. Und es ist immer schön, wenn du wieder ganz hoch kommst. Boah, leck mich am Arsch! Er war knapp! Das war's für Sie. Das war's für heute. Holzelement mag der Andreas gar nicht, ich finde da nicht so leise. So, da wäre es gewesen, vom Neverend Trail macht dem Namen Ali R, sie hört und hört nicht auf. Für mich ist es auch gut, der Tag ist gelaufen, es ist ja schon bald die 5 Uhr. Und er hat für Taufi mit Bravour bestanden, das Material musste ein bisschen leiden. Mein Körper konnte auch ein bisschen leiden, musste leiden. Ich hoffe euch das Video gefallen, wenn ja, die Daumen nach oben, kommentiert etwas Cooles und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Peace! Musik 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 Musik